guck mal hier und hier noch gefunden ab schön aber damit müsst ihr doch wenn man hier noch ein bisschen rumläuft ich wollte nicht draufsteigen kollege nein lass mich runter musst du doch wenn ich einige graue gebiet hier ja ja und wir kommen übrigens mein name ist dann die rp und zurück zum final fancy sieben river ich habe noch aufs wie ein paar sachen hier gemacht ne gut dort haben wir auch erkundet cool mal keine ahnung hier war noch ein bisschen grau deswegen bin ich hier eingegangen und wie man sieht war ja ich habe auf screen die mission abgeschlossen habe nichts dafür bekommen außer hier gruppen erfahrungspunkte also kein dialog in so mein gott cloud was alles erledigt aber war nichts ich habe die alle gemacht war relativ easy wenn man nur eine sache machen muss und ja ich werde noch ein bisschen hier durch die weltkarte rumrennen bevor wir den part offiziell starten und wenn ich was finde dann schalte ich euch rein also ja wir sehen uns dann wenn der part offiziell beginnt oder wenn ich hier noch irgendwas gefunden habe also bis gleich habe ich ja noch nicht eine schoko halsstelle aktiviert anscheinend nicht nur machen wir mal eine sekunde aber mein rücken oh gott anscheinend vorfall ok ja eine schoko fieder habe ich ganz vergessen dafür macht ihr seht doch wert hier noch eine halte stelle eine halte stelle habe ich mir verpasst ich habe schon gerade eine gefunden ja hat den goldenen schoko fehler ok okay eine sekunde warum muss ich eigentlich immer derjenige seine video aufstellt ich weiß du hast nur noch einen armen aber ein gott schießt das schild anfang noch eine goldfeder hier werden bestimmt wichtig sein ja ich versuche eigentlich die ganze zeit das bin ich ja schon vor rum glaube ich will eigentlich die ganze zeit hier hoch ob man hier hoch kann kann man sieht aus wie so ein eingang oder so naja irgendwie finde ich den eingang davon nicht falls es davon eingibt auch guck mal her wenn ich ja noch gefunden habe öffnen ja eine tor auf den schoko geöffnet glaube ich ja wir befinden uns gerade hier ich habe gesehen hier war irgendwie noch so ein weg deswegen bin ich noch mal hier zurückgegangen und die auf einmal zwei schatz holen die schütze haben es aber nicht so in sich nicht ganz ehrlich sagen okidoki leute jetzt kann es offiziell weitergehen ja ich habe noch so ungefähr fünf minuten hier vor irgendwie was aufgenommen hat man ja gerade gesehen und ja was ich dann gemacht habe ist ich bin noch mal hier durch das grasland durch gerannt und habe alle möglichen orte noch abgesucht alle orte die noch irgendwie grau verziert waren und so verzeichnet waren und ja hab dann ein zwei schoko behaltstellen gefunden ein zwei schatz dinge hier also ich weiß nicht so wo man jetzt schätze finden kann und ich habe auf screen alle kämpfe alle bonus anforderungen hier erledigt und ja ich habe nichts dafür bekommen leider nicht mal so ein dialog irgendwie so hey cloud voll gut gemacht und ja gut damit haben wir glaube ich alles was ich jedenfalls finden konnte abgeschlossen wir haben ja alle quest gemacht ich habe jetzt nicht auf den schwarzen breit nachgeschaut aber ich nehme zu machen da ist nichts neues und ja wir können dann mal weiter gehen ich nehme an wir können irgendwie wieder zurückkommen immer ja durchgehen nehme ich jetzt mal an also ich sehe jetzt keinen grund warum wir nicht jetzt zurückkehren konnten aber ja für das erste machen wir erstmal hier weiter mit der story und guck mal wie es hier weitergeht also ich weiß ja wie es weitergeht aber wie es in der version weitergeht so wie es mein team ich will glaube ich dabei haben weil er noch obwohl ich glaube er hat schon dings gelernt er hat letztens ding uns gelernt ich will aber trotzdem ein anderer nicht will tiefer mein gott hat die musik ich kenne ihn auch okay war ich weiß ja ungefähr was gleich so passiert deswegen will ich mal die beiden die wir bei haben die amt voll wenig hp meine güte alter also bei tiefer weiß ich ja sie soll ja so eine glaskunde im original weil sie jedenfalls so eine glaskanone naja sie hat viel schaden ausgelöst erwarten da war ich viel ausgehalten darf nur so in erinnerung und er ist es halt die heilerin im original gewesen deswegen ja die hat halt nicht so viel hp so cool hier werden wir schon einige neue sachen gegner und soweit eis finden wir haben jetzt die man eine dungeon ja ist also auch mal was neues alter tunnel der republik erwähne ich noch einmal alte republik hörne diesen begriff gab es gar nicht im original so sehen das planeten ja nicht so vielleicht mal gucken vielleicht irgendwas herstellen hier bevor ich hier wieder sachen 1 aber die ich nicht einsammeln kann naja ich brauche gnade des planeten wie blöde zurück habe ich noch viele eisenerze naja ich werde sowieso nicht in nächster zukunft die hat den hochleveln also manche sich jetzt sachen irgendwie recyceln oder die sort oder kaufen der mich ja lernen kann so ich weiß nur von einem event datier im diesen tunnel meine gute stattfinden das jetzt am ende wer weiß wie das ja wieder geändert worden ist naja so im tonne passiert eigentlich nichts außer am ende Lass mich mal gucken gibt's hier neue sachen super trank wenn die verläuft für kosten hier normal gibt's gar nicht gibt's gar nicht noch mal mein gott materie werde ich immer noch nicht kaufen so wusste aber ich habe schon die ganzen da ist wie er voll verwirrende ich habe die ganzen aufgelabellten version davon jetzt werden wir die normalen version angezeigt ist aber du hast sie nicht oder einfach neue klamotten upgrade upgrade sachen in rollen spielen habe ich noch nie gemacht Kann ich mich umsonst sein Ja anscheinend schon aber warum Sie müssen ja keine monster oder so ne wir waren eigentlich monster im original Na diese kunden träger sind übrigens auch nicht so oft vollkommen im original Okay weiß vielleicht war es ja irgendwie so die originelle idee von dem macher des spiels aber die hatten halt nicht so viel geld und zeitung wird umzusetzen im original deswegen tun wird jetzt machen unterwegs mal irgendwann so gesagt sogar so ein so ein remake ist immer eine neue chance irgendwie seine originale version noch mal durch so seine originale vision noch mal durchzusetzen vielleicht sagt hier auch der fall oh 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 ich weiß nicht wir können sie doch nicht einfach ok ich geh runter ich komme mit nein Stollen wie diese sind türkisch überlässt das einem profi nichts für ungut aber du würdest mich nur aufhalten ich werde gehen klettern liegt mir im blut wenn wir jetzt gerade getrennt wenn ihr euch nicht beeilt verliert ihr dennoch es ist irgendwie passend dass ich genau die beiden im team hatte männer in schwarz man im black ich frage mich ob das irgendwie jetzt wenn ich jemand anderen im team gehabt hätte ob das sich jetzt oder jetzt ein andere cut ziehen gewesen wäre oder habe ich wirklich genau gerade irgendwie genau die richtigen charaktere in der gruppe gehabt ja gesagt ich wusste halt was jetzt ja noch so kommt ne so vom original erne also wir treffen ja ein paar leute ne und ich wollte halt meine gruppe halt auf diese leute halt so ein bisschen abstimmen deswegen habe ich die beiden mädels jetzt hier reingenommen und ja deswegen ja wir müssen neue gegner so kriecher ist das für die musik die materie mein gott ist folge gegen das wie wenn ich in diavolo hier mit meinen schwinger irgendwie ja so skelett irgendwie durch die gegend schleuder fliegen dann auch über den halben bild geben wir aus dem weg schild so gut da habe ich nie mal an diese katze mehr so oder so abgespielt worden naja so egal welche gruppe ich gehabt hätte ich kann mir als jetzt nicht vorstellen jetzt komplett andere cut singen abgespielt wäre wenn ich jetzt hier weil ich welt und red irgendwie intim gehabt hätte fand ich irgendwie cool oh mein gott du hast das spiel schon mal gespielt was ich folge spoiler du hast das spiel schon durchgeschrieben muss das was ich gesagt hat kommen der bürger du du spoiler radio so meistert amplifikationen kommen fp boost das blöde das ding ist schon immer maximiert und das gibt mir keine fp aber ich kann das benutzen damit was anderes hoch zu lernen dafür mit der verwendung gaben habe ich aber nicht doch hier automagie haben wir mal da draußen und dann nehmen wir ich sollte automagie auch hier bei vielen leuten mal einsetzen charakter die sowieso keine heil magie haben sollten sowieso vielleicht irgendwie so ich habe automagie auf dauer könnte sehr nützlich sein deswegen nehmen wir mal luft raus weil er ist hat luft ne dann geben wir mal ihr automagie ich habe so das gefühl das ist eine fähigkeit die auf dauer immer ich hoffe sie setzt hat dann auch nur ein wenn irgendwie gegner dagegen anfällig sind so hier stehen kann ich zum beispiel wieder raus nehmen bald schon wieder von hoch level bald sie muss definitiv automatisch heilen gebet luft mp boost heilen erst schlag feindestechnik analyse ich meine analyse baum alt ok mal so wenn manche bereits mal so ein arm reich bekomme ich noch nicht guckt ne mag schon irgendwas in die ganzen sachen ja ich habe die alle hergestellt nicht ausgerüstet und schau mir der charakter nicht aktiv gesteuert wird oder ist auch nicht schlecht hochleistungsreif da ist stärke tp um 250 ich war habe ich zwei von eben keine ahnung also was tieri gibt das mehr schutzweste typ 2 vitalität 5 tp um 2250 nice marx ohrring abdaten schon ihre ihr schoko profiler schnelligkeit ja was ist schnelligkeit in dem spiel ich glaube tiefer braucht ein bisschen mehr ap so ne 1500 ap da ist ein bisschen wenig finde ich ja mal so alles klar 1800 fühle ich mich ein bisschen sicherer jetzt so und habe schon gegner gesehen die man nicht gesehen haben ja wie leute hey liebe leute kastanette ok das stopp wäre ich zwar nicht der starke system schwer ich dann haue ich dich eben erstmal euch euch dann haben wir auf den höhlen thema auch kampf thema gemacht meine güte so weiß ja dann sind immer coole sachen mit silfen ende ich wollte gerade sagen neu waffe wäre mal wieder net tv stürmischer umsturz futter wieder in elementar angefaust der gegner am boden in die luft gegnerische schwächen ausnutzen hat sie sind aber nicht verbunden ich habe doch gerade hier stehen kannst du mal rausnehmen wie benutzt denn ich gab jemals irgendetwas gutes hier zum stehen bisher so hat er tut mir jetzt ein bisschen so nein frost jetzt so ein bisschen hier meine mein setup hier so ein bisschen ruinieren heute haben wir noch hier stehen aber schon maximum rauben werde ich nicht einsetzen meister der gegenstände vielleicht wird es irgendwann nützlich sein da muss ich auch schon wieder hier mp haus entfestigung hört den schaden der spitze fähigkeiten da wenn ich ein fest und einsetzen mit kampf und fähigkeit sagen ganz lehre war mal über das dann geben wir dir noch einen zauber nehme ich an was haben wir denn hier noch nicht also jeder von diesen elementen ist auf jeden fall schon mal hier am level das gut gehen wir dir mal gewitter meister gegenstände auto spezialfähigkeit ja wenn ich sie steuern bin ist natürlich relativ nutzlos aber naja guck mal warum muss ich hin hier und ich muss gegnerische schwächen ausnutzen bevor ich da mache mein gott ja 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 kann man auch machen aber da wollte ich eigentlich nicht ich wollte hier stürmischer umstand so also gut also in den dungeons scheint auf jeden fall hier wo muss ich ihn jetzt hin ja in dungeons scheint auf jeden fall ja da muss ich ja wenn ich die attacke einsätze ihr seid nicht umfällig dann nicht zufällig anfällig gegen wind oder ja 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 also ich glaube ich habe das ist ja auch nicht ja ich habe einige schätze hier gefunden mein schoko hier sind mit der wittern fähigkeiten aber da war jetzt nichts besonderes irgendwie so ein wiesentitan oder irgendwie sollte habe ich gefunden war nicht jetzt ich habe aufgenommen gehabt aber so ein wiesentitan war jetzt nicht so spektakulär fand ich habe ja jetzt mal nicht gezeigt er sei nicht schwach gegenüber wir haben angriff ich einsetze desto ist so eher lerne ich den auch ne war doch so oder also da tut sich jeden fall was beim lernen also also schon mal gut ich versuche gerade so zu überlegen ob das originale layout ist naja aber ich kann mich nicht erinnern stimmt also wenn wir ihn hier zum hochklettern aber was sind dann da oben er war schon irgendwie klar war irgendwie weiß ich habe gar nicht irgendwie so also ich habe mir ich habe mir schon gedacht hat irgendwann mal so momente kommen wo bist du denn wo wir uns irgendwie weil nicht trennen müssen wir von unseren charakteren von einigen da wirksam feuer eisenherz wiesen titan eisenherz jahrig umwandelbar stehe weil das scheint jetzt nicht irgendwie was zu sein was hier so wichtig ist ne da verdammt was es war sonst automatisch naja aber sehr gut was war jetzt hier oben wenn man hier so umgehen kann ist nein aber keine kiste da sind kisten die normalen kämpfe die sind immer so kurz die post kämpfe die haben es voll in sich richtig schwierig die sind richtig schwierig die normalen kämpfe da geht einfach rein so blöd ich muss alles fertig da fühle ich mich schon irgendwie zu stark was bist du wenn du nicht anfällig gegen wind bist du mal ja auch nicht ich mache das also wind angriff naja was die da macht werden umstürzungen naja ich wünsche nicht so viel zu meinen schocken weil sie sagt eigentlich für den tipp benutzt du die schwäche von diesen dingen wenn dagegen schwach zu machen so hohen stürmischer umsturz und jetzt möchte ich in der luft was gezeichnet nein jetzt habe ich eine truhe kommen mit zeug sagt nicht da sage ich mit unserer materia passiert die war eben im ersten teil gesammelt haben das jetzt einfach alles weg ich bin gut in kingdom hearts machen ja immer so irgendwie erklären ja immer so law weise ne soja so war content king nummer 2 nicht mehr seine ganzen sachen aus dem ersten teil weil er als die ganze zeit am schlafen war da hat er seine sachen verlernt ne man ging damals drei aber da gab es auch eine erklärung glaube ich ne hat irgendwie auch mit dream drop dessen zu tun gehabt hier in nintendo das spiel soll ich hier lang ja eigentlich schieben er ging damals erklärt hat immer wieder so warum so einmal wieder auf level 1 ist ne ich schieb mal den ganzen weg zurück kann ich den ganzen weg hier hin zurückschieben machen wir mal eine außer dieses ding kommt mit einem weg nein okay klar das ist genug laut nein jetzt stecke ich fest habe ich hier durch muss die ladies ja beeindrucken wie und zeigen wie stark ich bin ne sieht euch das an was ist das vielleicht geht es da ja weiter das werden gezeigt okay so die hülle beim original nicht so groß war ja klar irgendwie nur zwei drei bildschirm oder so lange ich kann mich nur an ein event noch erinnern dass da passiert ist aber auch schon einzig event wird da passiert ist die charaktere die oder treffen werden aber mehr ist ja nicht passiert dann hat er gelernt naja teils ja loslegen so weit gewährt ins gesicht macht sie da irgendwie so ein punch oder ist da dieser dieser wieder wie das schulter täckel irgendwie ja auch so ein sehr bekannter move ne jude aus tanz auf exil er hat auch so lange gehabt also irgendwie mit der mit der schulter irgendwie so so ein kleiner rabbe macht irgendwie so ich glaube dann ist das was sie da macht ne da kann nicht schieben warum warum muss ich nicht erschieben auch damit ja hoch kann ja guck mal hier wenn man dann geht das hier nicht ne auch so ist beschädigt und kann ich benutzen naja hoch naja hoch ja 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 dann müssen wir da runter nähne und so hier bis mal runter zwei von den ohrgasen ja was geht ja sie macht den schulter täckel ja ja hey ja 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 jetzt ist er ist hier die ganze zeit glaube ich für die ganze zeit zu sprechen scheine so eine art parierung in diesem spiel zu geben wo man den gegner perfekt parieren kann man kann den gegner irgendwie so perfekt parieren glaube ich so wie ich das sehe jetzt scheine ich ja hin und wieder mal zu machen hier genau im richtigen moment pariert drücke aber da passiert immer noch versehentlich ne so warte mal wir können hier runter haben wir uns mal ganz wenn ich mir kommen sie macht darauf dicke schaden aber du blockst jetzt einfach und ich kann nichts machen aber da bin ich von hinten an ich glaube du kannst du nichts anhaben lalala wie auf dem spielplatz damals irgendwie so ein troppel in der klasse der jedes mal wenn du im bleich hat irgendwie hände so vorhand gehalten hat gesagt hat der schild der warte weiter hat er gesagt der spiegel spiegel alles was du sagst bist du selber da ich glaube da oben war dann schon wenn der inoffizielle weg dass ich gleich noch mal nach oben also hier schon irgendwie wiesen titan dann gehen wir nochmal zurück zu wo die beiden oga waren das sagen wir nämlich so ein bisschen optional aus also zwei dicke typen waren die hat geschützt haben vielleicht ist das ja was optionals gewesen dann komm mal obwohl da oben wir sollen da oben hingehen oder naja jetzt der richtige weg war ich weiß ja nach oben da und dann geht wahrscheinlich der aufzug nicht motiv als gerade sie mal ja angekommen da hat mich rein ich drücke zeit auf und da passiert nichts mehr wir können da aufzug runter kommen dass eine stadt war kann ich ja runter hat so eine treppe und so macht natürlich nicht alles so realistisch ich denke ich kann dahin ich kann wirklich noch mal gegen euch aber wir die oga sind schon wieder gespott hier sind noch mal responden pass auf ok sagen ich werde sicher wir müssen heute hier durch die höhle kommen wo ich jetzt mal raten also wo ist sie jetzt nicht ne würde ich jetzt mal raten in diesem spiel ich glaube wir haben die männer in schwarz verloren die finden wir schon wir bewegen sich nicht sehr schnell also sagen wir finden wir schon erst mal manchmal kurz ein dicker aber die karakter in diesem spiel sind so knall hat die müssen sich einfach nur auf der bank setzen schon sind über frisch schnell andere rollenspieler wart ihr müsst euch in gasthaus erholen wart ihr müssen speicherpunkt berühren um euch zu heilen mein speicherpunkt zu berühren zum heilen ist eigentlich auch nicht schlecht ne auf wenig werden mir gefällt nicht hat ihr mir die ja gerade anbieten so doch einmal du wirst sie gleich brauchen aber es gab ja eigentlich keinen kampf im originalen aber wer weiß es gab auch keinen offiziellen kampf gegen den gegen die riesen schlangen aber daraus haben sie auch einen kampf gemacht also ich weiß nicht was hier los ist eigentlich sind die karakteren ich meine nur ein bisschen aus weil er in letzter zeit aber wir sehen ein charakter zum ersten mal glaube ich dann macht er also richtig urlaub da kann man ja glatt neidisch werden ja sowas in der art der langweilt sich zu tode vermutlich hast du recht ich muss schon sagen jetzt nicht so weit nach vorne gehen machen wir jetzt mit dem ich kann dieser ganzen sache nicht so viel abgewinnen dass wir die schwarzkutten verfolgen was soll das bitte bringen ist ein befehl von oben mehr braucht dich als türk nicht zu interessieren seit wann bist du so ein kriecher na jedenfalls dem da ist nicht mehr zu helfen wird sicher dasselbe tun gutes gehör und jetzt zum kampf der neue stern am tag mit abschauen wie ich freue mich gnadenlos auf wo ist rino im wohlverdienten urlaub und während er nicht da ist habt ihr mich am hals sie mag unser neustes mitglied sein aber unterschätzt sie besser nicht aber wir sind echt gegen die kämpfen das war ja jetzt mal elena ja wie gesagt hier gab es eigentlich keinen kampf aber haben sie natürlich wieder geändert da kann sich mal analysieren wenn es geht rot und elena gut kann man ja schon so ein mitgliedert von schinders abteilung für allgemeine angelegenheit für den kampf krampfvolle anrufe mit seinen krampfvollen angriffen gestehten körper aus der partnerin nur sich noch von seinem letzten roma ist heute momentan mit elena dem neuesten mitgliedertürk zusammen man musst du ihn mehrmals im folge mit starken fertigkeiten treffen während er blockt oder ihn unterbrechen wenn ein synchro angriff aus für synchro angriff und elena ein neues mitgliedertürk sein einheit von schilders blablabla elena hat schon aus mit her schon mit bravur abgeschlossen was ihr kampf an kampfverfahren fehlt macht sie mit intrusismus und elan wird dann sie ist mehr oder weniger die die juffie von den tags so wind und elektro da ist das ja wind sieht dass sie als wind ich glaube nicht weil wir wind vorher nein bitte nicht mal über moment gewicht aber ich habe den ablocken müssen also heiliger aufstand also hat er es macht mal heiliger magiekreis so ein aktiv zu haben ist glaube ich nicht schlecht ich glaube nicht dass da durchkommen nein da warte das schwert ins gewicht ja eine klare pass auf der lena bekommt auch die ganze zeit schaden ich habe zu schießen mädel irgendwann später kennt man sehr viel schwierigen sie aber ich habe nicht mehr so in erinnerung mit sie ja so zum kampfstil hat eine sauber machen wir ihn hier mal spiralsprung auf abrot und kannst du es wagen und dann angriff unterbrechen ich habe 0 mp watt okay ich weiß nicht ich nehme das eine fähigkeit von den links er ist man entschuldigt wenn wir extra eine waffe geben um hier folgen wir mal folgen wir mal wenn wir nicht raus er kommt nicht er traut sich nicht noch mal gebeten aber ich habe mich nicht zurück aber das wagen soll erst weg jetzt bist du dran ich habe sie verlaufen darauf flossen hoch sofort und der knallfosch in deiner hand bleibt wo er ist kommt los nicht auf dumme gedanken also dann unsere freunde und der ganze sektor 7 sind so 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 dann solltest du mal in den spiegel gucken wie auch immer die dinge haben sich gewendet steht zwar ein kopfgeld auf euch aus aber wenn ihr uns nicht in die quere kommt lasse ich euch gehen wie gnädig euer ehren pass gut auf er ist auf so das das so ja 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 das ist aber nicht im original passiert ins teufel wo sind die anderen hab mich ehrlich nie besser gefühlt die beiden und sind wir nur wie unter diese männer kenne ich nur allzu gut labor sie haben eine schwere marco vergiftung schweine was meinst du warum die herumschlafen er macht mir auch sagen ziemlich cool wird kann mit 14 gewähr am opfer auf diese weite kannst du mieter bockens auch schön oder hindernis aus dem weg und da ist eine lieder eine truhe wie vorwarten dass der waffe für red drinnen wer hat letztens er seine bekommen also ja halsband der rebellion cool man kann also andere karakter aussteuern hoffentlich kann man irgendwann auch mal in der overworld und so machen als band der rebellion schon wieder die dinge ändern der fetz den gegner in der rechhaltung wird die gesamte rächerleiste verbraucht wodurch die angst auf den wirkungsbereich vergrößert wird so rechhaltung ich glaube ich finde ich gesagt die tut schon lange genug halten schmackhafter subs vita bis dann wieder weg mit obwohl ich kann das hier empfangen problem gelöst nehme ich mal an wir spielen mal hier als red damit er hier seinen dingen ja er nicht so ein schockpotenzial dingen finde ich sicher klauen aber da wir gerade jetzt zwei charaktere spielen habe ich irgendwie so eine vermutung das hat irgendwie hier soweit nicht ich will darauf mal hindeuten wir haben platz in unserer gruppe gerade deswegen habe ich so das gefühl ich weiß so ungefähr was als nächstes passieren wird vielleicht mal schauen da sehr cool welt konnte man gar nicht steuern im ersten teil wenn ich bin ich irre dabei war ja irgendwie klart wir ja ging gegen die beiden hier kämpfen müssen also der mori gemacht mit dem original hat man halt nur gegen 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 gar kein gekämpft original hat man die nur so ganz am ende im tunnel getroffen also alle drei von denen hat man elena zum ersten mal getroffen die machte in etwas komplett kompetenteren eindruck war ein bisschen die war ein bisschen doch hier so im original da ich habe kein warte eine sekunde eine sekunde kann man noch mal neu kann man noch mal neu kommen noch mal neu ich will die gegner gerne analysieren nämlich ja und ich habe hier gesehen wenn man das drückt dann kann man den ja machen nehmen wir mal das hier und tun mal analyse da rein so damit wir gegner direkt analysieren können naja gut dass ich jetzt hier das red spielen ja elena hat irgendwie weil die war ein bisschen mal noch ein bisschen kindescheiben original glaube ich wir haben sie ja ein bisschen kompetent die dargestellt habe ich so gefühlt sich klauen so war falsch angefangen ja gut der kampf war der kampf hat bock gemacht also ich beschwere mich nicht aber hier schneide da hat nie viel aus ich nehme an die sind alle anpflichtigen gegen zauberne sind normalerweise so ja du bist dann zu ich habe auch zwei damit verbraucht hat die wälder nicht da da ja doch mit gegnern die er gesteckt meinen die gegner töten okay wenn ich spüren das sagt mir ich kann auch abschießen mit drei jahren mit drei jahren zwei da bin ich aber gut hat hier schon so ein bisschen geforscht hat haben wir das aus er hat er gesagt bergarbeiter stadt kommt oder so bergarbeiter dorf irgendwie so ne weil bis zu jedem zeitpunkt im original hat man noch nicht so war jetzt gewusst womit ich weiß nicht war es kaputt schießen er war genug sachen kaputt schießen dann offenbar hat sich die lösung irgendwann so da bin ich gewesen okay ich kann man schon ich habe auch falle vom verpackt der in beide dinge ich hatte mal ein ein eigener kampagne so außerhalb des kampfs der beraten nahkampagne für eingesetztes wegen ich bin erst eine stunde am spiel nicht wir haben ja voll viel gemacht leute mal die fähigkeit ja sie immer mehr als ich habe so gefühl mit gerät wird nicht schlecht sein zu haben ein paar malen um p eilung jahre ist gerade aufgefallen die man hier hat heilung sollte ich vielleicht mal ändern da wird schon klappen ich bin gerade jetzt auf weil niemand hat heilung mann da wird schon klappen oder kommt der stücke damit sternstaub dinge näher irgendwas anrichten gegen die fücher ja nämlich anleitung magischer angriff oder so viel abzieht doch hier ist der ausgang aber da unten ist ja noch so hier hat ganz gebiet ist doch noch und erkundet also ich meine das ist erkundet so für karte offen aber einen sinn noch ein paar puddings köstlich so jetzt haben wir aber auch hier hat er gehört ist auch mal da so hört man nicht noch mal zurückgegangen er hat mich alle wir haben mich alle folgt genannt naja warum ketten der schon wieder hin dass auch vor zeitverschrungen habe ich alle folgt genannt ich weiß es ich hab's gehört ach guck mal was ich jetzt erfinden hier ultima ultima materia kann eigentlich nicht sein weil ultima ist ein zauber also es kann die lande materia mp wo ist cool da kann man gerne ein paar haben von armen unsere heiler und so unsere magier ok am liebsten hätte ich habe im bild irgendwie sagen sein arm nimmt seinen rechten und einfach so in die entgegengesetzte richtung schießt und sich damit irgendwie irgendwie so im wasser antreiben er schießt und seine seine kugeln soll als antrieb ok ich muss natürlich so ein paar minuten hier so ein rechnen die ich schon aufgenommen habe hier so klein zeug was hier noch gemacht habe aber am liebsten würde ich hier diese mini abschließen heute noch damit wir halt nicht beim nächsten mal schon wieder draußen sind oder so und er kann sagen also ich muss mal gleich gucken ob ich mit mithril irgendwas machen kann ich kann auch bestimmt damit herstellen direkt eine sekunde ich hole mal kurz meinen sternen staub strahlen das ist definitiv ein magischer angriff dann wenn die so schnell weg sind davon so jetzt haben wir ja alles erkundet naja wenn wir sogar hochklettern ja können wir ja schon eine zweite waffe in der kohl das klappt wird wahrscheinlich sein die nächste war schon bekommen irgendwann was denn hier also da das erfolg rusellich mit ein arm klettern war ja noch ich will da unten und schätze und reichtümer die gesammelt werden müssen oder sachen die schon tausend mal ab hätte da ruhig schatzt so ihr packen können nebenbei das erwarte ich als spieler meine erwartung sie wurden nicht erfüllt kann ich so da hoch er kämpft ja noch mal gegen boss oder so jetzt allerdings drückt die ganz einer links wer ist ein problem gibt schießt einfach drauf irgendwann wird schon verschwinden ja was meinst du ich kann alle meine probleme nicht damit lösen indem ich darauf schieße da ist der berg weg da ist die schuld von schindrad dafür gesorgt ich bin ja nicht gewesen wäre da wäre ich nie zu so einer aggressiven person gewesen als schilderer schuld meine fresse okay aber es hat hier ist da was jeder vollen order wenn kannst du kletter rein mit der gruben bau schließen 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 dann dann denn 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 da bist du sohn wie ich da war schon mal kämpft haben ja 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 ich wollte auch nicht zustimmen habe ich gesehen ob es weiter klopft stimmt da ist jemand gut gelaunt jetzt im final fans 15 gesagt werden dann kommt ja es war ein fan sie wie sie es von fahrer abspielt da ist wohl jemand gut gelaunt da gehe ich sie aber noch hat man das ja noch riesig hier eine kleine längere folgt ihr so eine ganz kleine längere so vielleicht eine stunde und fünf minuten eine stunde und zehn minuten naja aber dann haben wir es ja alles erledigt muss ja noch abschließen jawohl alles gut stirbt 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 immer warum geht denn eigentlich die munition aus war langweilig wäre die ganze zeit beim nachladen zuzuschauen jetzt filmlogik ja ich war praktisch hat schon schon von anfang an irgendwie so einen super starken angriff den er abfeuern kann sein ja naja die staaten überleben da waren fliegen wir alle durch die ich bin tot so ich würde sagen wir machen dann doch hier gleich feierabend weil weiß ich will an latino ist naja weil sie noch relativ lang aus machen wir mal so lange bis die sich irgendwie weil ich noch mal hier so melden und irgendwie wird sagen so hell wir sind schon fast da oder irgendwie so hat aber ich sehe schon wieder hier ist ein rätsel aber damit sagen ich mache hier bei feierabend ne und in der nächsten fall geht es dann weiter in diesen mieter höhen und dann gehen wir wahrscheinlich weil nicht immer verkraft irgendwie wo wir sind gerade so unser ziel ist es ja da durchzugehen kommen wir hier das soweit guck mal hier ich weiß nicht ob man hier drüber auch noch irgendwie so rumlaufen kann aber wir müssen ja noch sehr weit entfernt anscheinend wird noch ein bisschen dauern habe ich auch viel gut aber ist okay dann sage ich ich mache einen schnitt feuer und in der nächsten folge sagt komisch aus bei der nächsten folge gehen wir dann weiter durch die mieter höhlen treffen wahrscheinlich die anderen leutchen hier wieder ne weinen uns wieder mit denen kommen dann aus diesen höhlen raus mal schauen wir danach so passiert und ja ich sage dankeschön für zuschauer ich hoffe euch hat diese folge gefallen wenn ja hinter das doch ein like ein abo oder ein kommentar es wird mich verfolgen dann sehe ich euch in der nächsten fall gehört ciao